Hallo meine Freunde des gepflegten und schmerzgeplagten Let's Plays und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. In der letzten Folge haben wir Kräuter für einen Trank besorgt, für den Liebhaber oder festigen Freund, ich weiß nicht, von Drakon. Und wir machen jetzt gerade noch die anderen Quests hier in dem Urchin, weil dadurch, zumindest durch eine der Quests, vielleicht auch die andere, sollen wir ein bisschen was über Drakon erfahren. Der Higa ist in Boyotien. Er ist in der Mitte des verfluchten Landes. Verfluchte Land war doch hier oben? Nee. Da, mit der Sphinx war das doch das, oder? Oder? Ich hab keine Ahnung. In der Mitte, warte. Das gesamte Ding ist das verfluchte Land. Er ist in der Nähe des Schlangenkopfsteins. In der Mitte würde ich das sagen. Können wir mir vorstellen, ist das der Schlangenkopfstein? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass ein Kopfkürtiger ist. So. Um nochmal das von der letzten Folge aufzugreifen mit Homosexualität. Ich frage mich so ein bisschen, ab welchem Zeitpunkt, ich glaube, das ist geschichtlich relativ gut auch feststellbar, ab welchem Zeitpunkt Homosexualität nicht mehr so anerkannt war. Also, klar, in der Bibel steht ja drin, man soll sein Bett nicht mit einem anderen Mann teilen, wie man es mit einer Frau tut. Heißt, das ist über 2000 Jahre. Also, weil es da ja auch unterschiedliche Ansichten gibt. Mit der Zeitrechnung ist ja nicht so ganz eindeutig. Weil angeblich durch Umstellung von Kalendern und großmächtigen Leuten, die halt andere Jahre haben wollten und Co. kann es halt sein, dass wir uns mit unserer gesamten Zeitrechnung um 1000 Jahre vertun. Äh, 1000 und 100 Jahre vertun. 1000 ist ja ein bisschen sehr viel. Äh, ganz lustiges Thema übrigens. Das scheinen die Überreste der Jagdgesellschaft zu sein. Irgendwas ist hier noch. Das ist noch ein komisches Lager, sonst ziehe ich hier noch nicht so gerne. Okay, da ist auf jeden Fall ein geiler Bär auf Maximalstufe. Äh, maximal sei schon auf roter Stufe. Hier ist es nicht. Und wie das kommt, dass Homosexualität mehr oder weniger fast schon verboten wurde. Wobei, was heißt fast? Ich glaube, dass es einige Kulturen gab, wo es tatsächlich verboten wurde. Oder auch Religion. So, was das da für der Beweggrund war. Weil man ja anders für sich sagen kann, wenn man selbst nicht homosexuell ist, sollte man doch kein Problem mit Homosexualität haben. Weil, die nehmen ein Jahr nichts weg. So blöd das auch klingen mag. Also, was sollte mein Problem mit Homosexualität sein? Außer bei Frauen. Schnell, töte das Vieh, bevor es mich umbringt. Die nehmen mir dann ja andere Frauen weg. Wobei, wenn die auch homosexuell sind, dann ist das ja alles bescheuert. Lasst du die Leute einfach lieben, wen sie lieben. Außer Kinder und Tiere. Auch wenn man in Deutschland mit Kindern, äh, mit Kindern, äh, mit Tieren Sex haben darf. Ähm. Was soll ich jetzt mit dem tun? Soll ich die jetzt zurücktragen, oder was? Ja, aber wo ist denn Hippogra... Klo. Kann ich den auf mein Pferd packen? Ja, mich interessiert halt die Höhle noch so ein bisschen. Hier ist absolut gar nichts, kann das sein. Äh, X müsste es sein. Wollte krass sagen, guck mal ein Eisbär, aber guck mal ein Eisbär. Kann ich den auf mein Pferd laden? Ja, platzieren. Haha. Reiten wir! Wie so ein nasser Fisch. Haha. Das war ja sehr geil. Schlauung. Ah, ein bisschen Eisenbroken. Ist noch ein Eisenbroken. Ist noch ein Eisenbroken. Da ist noch Olive Oil. Habe jetzt die letzten zwei Tage Burger gegessen. Irgendwie muss ich die Paddies noch besser hinbekommen. Paddies sind immer sehr, sehr, sehr krümelig, sehr fest, sehr zäh. Wobei ich die auch nicht roh essen will. Ich muss ihn zurück zur Ruhrkratie springen. So was nicht bei selbstgekutterten, äh, besonders bei nicht-selbstgekutterten Fleisch. Oder Mett oder Hack. Aber wenn das so schön wie ein Tag abgepackt ist, große Oberfläche, viel Sauerstoff, dann ist das nicht so geil. Chirurgenklinge haben wir bekommen. Wir sind abgeschlossen, die Jagdgesellschaft. Und damit auch ein Level-Up. Wir haben gepukt. Neue Gravur freigeschaltet. Schaden und Gesundheit verbessert. Alter, jetzt geht's ab. Lass meine Patienten ziehen. Sprech mit Herkothalamus. Wie geht's dem Patienten? Er überlebt, wenn ich ihn behandle. Wenn? Dieser Mann ist ein Monster. Er ist ein Sklavenhändler, der Menschen so schlecht behandelt, dass sie sich lieber verletzen, als zu arbeiten. Wenn ich ihm helfe, wird er weiter andere verletzen. Wenn ich nichts tue, wird vielen Leid und Schmerz erspart. Rette ihn, dann bezahlt er uns. Rette ihn, denn das ist das Richtige. Wow, wir haben nur die zwei Möglichkeiten lassen sterben. Es spielt keine Rolle, was er getan hat. Er verdient, wie jeder andere behandelt zu werden. Wir dürfen nicht andere beurteilen, wenn sie von unserer Gnade abhängen. Ich weiß, es ist meine Pflicht, diesem Mann zu helfen. Aber wenn du die Verletzungen gesehen hättest, die er verursacht hat, würdest du verstehen. Die Unschuldigen der griechischen Welt leiden schon genug. Was, wenn ich die Sklaven befreie? Ohne Sklaven kann er niemanden misshandeln. Und du könntest ihn ohne Schuld verarzten. Ja, ich kann diesen Mann retten. Und du kannst verhindern, dass er andere verletzt. Unsere Güte wird ihm aufzeigen, wie falsch sein Handeln war und ihm einen neuen Weg weisen. Würdest du das für mich tun? Natürlich befreie ich die Sklaven für dich. Das ist Drakon. Wenn die Sklaven in Gefahr sind, muss ich mich beeilen. Besonders ich komme hier in dem Spiel mit dem hypokratischen Item, muss ich jedem helfen an. Nachdem ich wie viele Leute getötet habe? So, was wollen sie? Lass mal, was denn? Befreie die Sklaven, sprich mit ihm an. Ich sage, er ist in Bojotien. Es liegt östlich des Kopa Issees. Nie ohne. Östlich. Es ist das Melanipas Lager. Also, wir haben da ja ein Lager gesehen. Das könnte ich mir halt auch noch vorstellen. Wir holen uns einmal noch die Quest, die vor uns liegt. Das ist wahrscheinlich eher die Drakon-Quest. Irgendwie Drakon, der Name tingelt bei mir irgendwas CSGAU mit einer Waffe oder so. Gibt es in irgendeinem Ego-Shooter? Es gibt bestimmt in irgendeinem Shooter eine Waffe, die Drakon heißt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Name, der sehr kreativ hoch angerechnet werden sollte. Irgendwas sagt mir Drakon. Willst du mich auch bestehlen, Söldner? Bist du alle deine Kunden so? Ach, entschuldige. Die Soldaten haben mir alles genommen. Selbst meinen geliebten Spiro. Soldaten tun, was sie wollen. Wer ist Spiro? Nur das beste Pferd, das ich je hatte. Ich könnte dasselbe von meinem Vorboss sagen. Wir taten alles gemeinsam. Er hätte alles für mich getan. Selbst ohne eine Möhre dafür zu bekommen. Das klingt nach wahrer Freundschaft. Ich brauche ihn zum Transport meiner Waren. Wenn Drakon erfährt, dass er sein Öl nicht bekommt, bin ich so gut wie tot. Drakon? Der Held von Beotien? Er ist mein bester Kunde? Ich bin ihm auf den Fersen. Rette mich vor Drakons Zorn. Finde meinen Spiro, bitte. Ich finde deinen Spyro. Wenn du ihn so dringend brauchst, finde ich deinen Spiro. Beeil dich bitte. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was die Diebe ihm antun. Wo brachten sie ihn hin? Er muss im Militärlager östlich des Schlangenkopfsteins sein. Das ist der einzige Außenposten hier. Kannst du beschreiben, wie Spiro aussieht? Oh, fuck. Dann muss ich wohl ein... Du Scrap. Du Scrap. Also. Wow, ich konnte die Quest nicht tracken. Ferdinand. Komm, angerannt. Du Leuterion von Theben. Ferdinand? Na komm jetzt, Fettsack. Weil ich sag erst, ich schneller bin als du. Lange. Jedes war das gleiche mit dir. Aber das war auch die Asch, die ich Xaxis unterworfen haben, ne? Sorry, ich muss hier durch. Sinn. So, beim Schlangenfels. Der Jäger beim Schlangenfels in der Nähe gewesen sein sollte, sollte da ja auch irgendwo in der Nähe der Öppel, 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 Öppel. Offizieller Fachbegriff. Öppel, 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 Öppel. Ich glaube, das ist Schlangenfels. Heißt, hier sollte sein Pferdemont sein? Ich habe gerade eine Ziege angelaufen. Es tut mir vielleicht ein bisschen leid. Das hat schon mal gut funktioniert. Wo war jetzt der zweite? Das muss Biro sein. Das ist mal ein stattlicher Hengst. Den schieben wir an eine Onkel Karotte rein. Wir haben noch einen Schatze Latze. So, drei Gegner, vier Gegner. Fünf Gegner, du Idiot. Da ist ein fünfter und da ist ein sechster. Sechs Gegner sind jetzt auch nicht unbedingt schwierig. Weiß nicht, ob der die Leiche gesehen hat, sondern in einem Aram. Aramberleitschaft ist. Alarmbereitschaft, alter. Wenn die beide hier hochgehen. Oh, sehr gut. Ich gucke lieber mal nach, mein Freund. So. Ich fände es gerade tatsächlich ein bisschen ulkig, wenn ich den da einfach auf ihn draufschmeißen würde. Das kriegt er nicht mit? Wow. Meiner weiß ja natürlich nicht, wo wir sind. Das ist ja das Schöne. Heißt, er wird jetzt nachgucken gehen. Wir können uns da stecken. Wir können einen kritischen Attentatangriff ausführen. Schaden gegen Athena-Soldaten. Das muss mich mal absolut... Äh, gar nicht. Ich glaube, der weiß, wo wir sind. Ich bin voll unauffällig, ja? Ich schleiche. Alter, jetzt kommt ich her. Release, Löwen. Es war gerade gemeint, die haben die Löwen einfach ins offene Mull geschossen. Ich habe doch ein Herz mit Löwis. So, ich habe noch mal ein bisschen plündeln. Du mir leid, Löwi. Eigentlich wollte ich die Löwenleiche anfackeln, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Tobi, Önest. Önest. Ich bin immer ganz Önest mit euch. Hallo bei der Beat hier. Was? So fangen wir gar nicht erst an. So, nicht. Meine Schmusekatz hier. Ach, geil, ist ja noch schlimmer. Äh, so. Harald, Ferdinand, Jürgen. Und werden mir die Kriegsvorräte immer auch angezeigt. Danke. Oh, wieso noch Zweite? Geil, ich habe mitbekommen, was das Kriegsvorräte waren. Der Vorteil der Athena ist dadurch geschrumpft. Ja, und jetzt glauben wir denen auch noch Spyros und Dragon. Oh, abgeschließt. Bringen wir dich zu deinem Herrscher und Besitzer. Ja, der interessiert mich nicht. Und? Die Eisenbröcken kann mich entzöcken. Boah, dann kann er auf jeden Fall sein geiles Öl an Dracon, an Murphrey Dracon verkaufen. Draco Murphrey, so rum ist ja. Und hier war auch noch die von Xerxes, ne? Ja, ist zu viel Zeit. Darum ist der Kopfgeldjäger übrigens. Übrigens. Ne, wofür rennen wir nicht an? Alter, der hat nämlich gerade Pimmel genannt? Selber Pimmel. So, wo war das denn? War das hier? Oh Gott, ich muss damit aufhören, ja, da vorne war's. Hallo. Spyro. Oh, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ihm geht es gut. Kein Haar seiner Mähne wurde gekrümmt. Und Dracon wird seine Öllieferung bekommen, nicht wahr, Spyro? Wir bringen es den Berghof und füllen sein Lager mit unserem wunderbar entzündlichen Öl. Du hast ein glückliches Pferd aus Spyro gemacht und aus mir einen glücklichen Mann. Spyro. Ich weiß, dass wir einen Teil im Punkt haben. Na, na, na. Ich habe irgendwie gerade keinen Bock auf die Aufgabe. Wir haben aber angeblich neue Sachen im Inventar. Oh, wir machen jetzt mal einen Cut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Haut rein. Schürlülük.